Ja, heute seid mal ihr dran. Und zwar geht es heute einfach mal darum, mal Danke zu sagen. Danke für das, dass ihr so zahlreich da seid, für das, dass ihr das Ganze so unterstützt, kommentiert, abonniert, dass ihr viele Tipps gibt. Und deswegen seht selbst. Ich gebe ab. Danke. Ja, wie eben schon angesprochen, geht es heute um ein kleines Video in meiner eigenen Sache. Ich möchte mich bei euch bedanken für die rasche bzw. für diese schnelle Rückmeldung, für die Feedbacks, für die Kommentare, für das Abonnieren, fürs Videoschauen, fürs Kommentieren. Es waren natürlich auch konstruktive Kritiken dabei, aber die hauptsächlichen Kommentare, die haben überwogen. Man hat viel Tipps bekommen, was ihr gerne sehen möchtet, was man oder was wir oder ich ändern sollte. Und das habe ich mir natürlich auch zu Herzen genommen, habe das in einigen Videos schon geändert. Man darf natürlich hier nicht vergessen, dass das ein Thema ist des reinen Hobbyvertreibs, des reinen Spaßes. Ja, hier geht es nicht so wie viele andere, die hier mit ihrem Lebensunterhalt verdienen. Ich mache das nebenher. Es werden natürlich noch einige tolle Videos folgen und wir werden das auch weiterhin exzessiv betreiben. Auch jetzt wieder auf den Frühjahr, Sommer hin, wollen wir das natürlich noch ein bisschen verstärken. Ja, aber warum ich eigentlich hier bin, ich wollte einfach mal Danke sagen. Wenn man jetzt mal schaut, ich mache das jetzt seit Mitte, Ende November so hauptsächlich und wir haben die 100.000 Aufrufe geknackt. Ja, wir sind jetzt bei 102.154 Aufrufe und dafür möchte ich eigentlich einfach mal Danke sagen, weil das ist keineswegs selbstverständlich. Ich musste auch hier erst einiges lernen, wie man das Ganze umsetzt. Wie schon gesagt, die Videos, die werden selber gedreht, die werden selber geschnitten. Das heißt, ich habe hier niemand zur Hilfe, beziehungsweise niemand mehr. Am Anfang habe ich zusammen mit Mario gearbeitet, beziehungsweise wir arbeiten jetzt immer noch zusammen, aber halt in anderen Dingen. Da könnt ihr mal gern bei den Schwaben-Checkern vorbeischauen oder bei seiner neuen Firma Car Effect Performance. Da geht es um Fahrzeug, Lack, Sportwagen und Oldtimer Lackveredelung, Nano-Keramik-Versiegelung, Nano-Versiegelung etc. Und ja, jetzt hat jeder so seine eigenen Sachen zu tragen und seither mache ich meine Videos auch selber. Das merkt man natürlich auch, dass man da erst reinkommen muss, weil es fällt definitiv kein Meister vom Himmel. Ich bin aber froh, dass ihr das so dankbar annimmt, dass ihr sagt, was man ändern sollte. Gerade auch das Thema mit der Geschichte mit den Zeitenmessen. Das wird auf jeden Fall kommen. Es wird auch mehr Prüfstandsthematiken folgen. Es werden mehr Videos kommen, wo man auf weitere Details eingeht, auf Stärken und Schwächen. Dass ihr einfach auch ein bisschen einen Vorteil daraus zieht natürlich. Es bringt euch ja nichts, wenn ihr ein Video anschaut, wo man nur um den heißen Break quasi die ganze Zeit redet und ihr lernt nichts daraus. Klar wollt ihr sehen, was ist der Unterschied vorher, nachher. Aber es macht ja auch Sinn, euch mal zu zeigen, hey, was sind denn die Stärken, was sind die Schwächen? Bei welchem Auto muss ich wo aufpassen? Was kann defekt gehen? Was sind die Mängel oder was sind die Probleme? Das sind alles Sachen, da werden wir weiter drauf eingehen und wir werden uns natürlich auch wieder auf einige Treffen zeigen. Und ja, da könnt ihr uns dann auch gerne mal offen ansprechen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und von dem her würde ich sagen, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Noch mal vielen, vielen Dank für über 240 Abonnenten in der Zwischenzeit und jetzt über 100.000 Aufrufe. Vielen Dank dafür und ich freue mich euch, nächste Woche wieder Videos präsentieren zu dürfen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis bald. Euer Kevin. Ciao. Ciao. Ciao.